Bereits im Juli 2021 hat die EU das FIT für 55-Paket vorgelegt, das angeblich das Klima retten soll. Gemeint ist damit, dass bis 2030 die energiebedingten Emissionen um mindestens 55 Prozent reduziert sein müssen und das mit drastischen Maßnahmen für alle Lebensbereiche. Ebenso für den Wohnsektor. Ab 2028 müssen neue Gebäude im Eigentum öffentliche Einrichtungen und ab 2030 alle neuen Gebäude emissionsfrei sein und bis 2050 alle bestehenden Wohngebäude null Emissionen aufweisen. Schon damals übte der Eigentümerverband Haus und Grund scharfe Kritik, weil die EU-Richtlinien das Ende für Millionengebäude in Europa bedeuten könnten. Dementsprechend müssten alleine in Deutschland rund drei Millionen Altbauten saniert und oder modernisiert werden. Allerdings fehlt vielen Eigentümern das nötige Kapital dazu, sodass sie zu Spottpreisen verkaufen müssten. Unter dem Strich laufen die EU-Pläne auf eine schleichende Enteignung hinaus. Diesbezüglich sind die Franzosen schon jetzt einen Schritt weiter, denn Frankreich ist das erste Land in der EU, das bereits konkret sogenanntes klimaschädliches Wohnen bekämpft. Im August 2023 wurde bekannt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron verboten hat, klimaschädliche Altbauten zu vermieten, sprich jene Häuser mit der schlechtesten Energieklasse. Davon sind jedes Jahr mehr Gebäude betroffen. Damit will die Macron-Regierung die Hausbesitzer zu der teuren und aufwändigen energetischen Sanierung zwingen. Mit der Folge, dass immer mehr Immobilieneigentümer ihre im Preis drastisch fallenden Altbauten abstoßen und sogleich das Mietangebot noch knapper wird. Gewinner sind die finanzstarken Immobilienfonds, die das Eigentum billig erwerben können, um danach die verpflichtenden Sanierungen durchzuführen und wiederum teuer zu vermieten. Das, was in Frankreich geschieht, ist nur der Beginn dessen, was in der gesamten EU auf Hausbesitzer und Mieter zukommen wird. Letztlich treibt von der Lions Green Deal die alten Immobilien in die Hände des Großkapitals und ihrer Immobilienfonds. Ist der Klimaschutz also in Wahrheit ein Ablenkungsmanöver für eine gigantische Enteignung?